Was soll mit meinem YouTube-Channel sein? Würde mich interessieren. Ach fuck 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 Dieses scheiß verklicken, Alter. Ohne fuck. Können die endlich dafür sorgen, dass es einen extra Button hat, wenn man jemanden zum Mod machen will? Fuck nochmal da, ey. Mein YouTube-Kanal ist keine 3-mal gestruckt. Wovon laberst laberst so viele scheiße. Mein YouTube-Kanal hat aktuell 2 Verwarnungen. Das ist was anderes. Ich hab dich schon wieder entblockt und hab dich zum Mod machen. Dieses scheiß Dropdown-Menü regt mich auf. Echt leid, Heaven. Du wurdest besiegt. Nein, wurde ich nicht. Und du bist immer noch so unwissend wie vor 5 Jahren. Wie wär's mit Weiterentwicklung? Das hat sich dreckig aus. Ja, liegt daran, dass ich hier benutztes ne? Ja, Kalidri ist ne gute Frage. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was überhaupt bloß ist. Der ist ja jetzt auch nur online gewesen. Ich hab ihn zumindest nicht mehr online gesehen. Aber ich hab auch die letzten Tage kaum Zeit gehabt, was zu machen. Weil die letzten Tage viel mit dem aufnehmen, streamen und so weiter beschäftigt. Quatsch, streamen. Aufnehmen und bearbeiten von meinen Videos. Und dann zurück ich zur Zeit wieder mit einem Kumpel. Kalidri hat den Helden vertragen. Und hat ein paar Videos von dir gesehen. Äh, okay. Alter, es schneit. Ich hätte gern wieder ein Mondeo. Ja, durchaus. Auch weil ich dann endlich mal wieder ins Schwimmbad gehen könnte. Ähm... Ach, wir sind jetzt auch hier. Was geht? Nein! Wider verklickt. Dreckscheiß. Scheiß Dropdown-Menü. Fiesta war mein erstes Auto. Ich find Fiesta super, aber er ist mir zu klein. Äh... Mach Abo-Chat rein. Nein! Ja, ich reg das immer auf, ey. Das ist scheiß Dropdown-Menü. Gut, mittlerweile bist du es zum Glück, man. Meistens. Bin nur froh, dass ich heute noch keinen erwischt hab, der Abo hat. Hallo Drache, ist das Schucke-Eis? Da fällt mir halt, ich hab noch Walnuss-Eis, ne? Also im Moment, jetzt gerade, rendern fast 4 Stunden, oder 3,5 Stunden von, äh... Ähm... Von Jurassic World. Ähm... Ich hab heute schon gerendert Yoshi's Woolly World. Ich hab heute schon, äh... Ich hab heute schon, äh... Konvertiert und bin am Hochladen. Von, äh... Darksiders. Das sind insgesamt 13 Parts geworden. Ja... Normaler Arbeitstag. too. Und erst mal. Woollyatt. Tja. Da. Dja. Du bist.